Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Ark. Ach ja. Nein, so. Das ist ablefollow. Hallo? Peter? Gut. Ähm... Ja, ähm... Ich brauch Fleisch. Oh Gott, wir brauchen generell mal wieder Fleisch. Ja. Äh... Fleisch haben wir. Wir haben... Narkotik. Wir haben auch ein paar Pfeile, aber ob das reicht, weiß ich nicht. Ähm... Fliegen wir mal in diese Richtung und gucken wir uns mal... Sehen wir uns mal um. Nach einem... Starken Dino. Kann ich... Ah ja, gut. Das ist ein Level 20 Spiel, okay. 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 Was haben wir denn erinnert. Ähm... Level 90 Diplo Dokus. Und der... Rex? Rex. Ja... Ja... Level 60 Rex. Na komm. Ich hab... Oh Gott, da ist ja noch ein Rex. Level 60 Rex. Ach, Level 15. Okay. Okay. Die sind zu stark. Also, nee. Äh... Zu schwach, mein ich. Oh, da ist ein weißer Tier Rex. 115 sogar. Der wäre tatsächlich... Das ist noch ein weißer Tier Rex. Ach, das ist der 115er. Und der da? 80, okay. Wollen wir uns den 100... 150 haben wir... Ja gut, äh... Ist zu spät. Das war's. Na, kriegt er denn überhaupt noch? Jetzt bitte Benny Hill Musik einbauen. Oh, scheiße. Das macht den ja nix. Plutsch. Plutsch. Vielen Dank. Der Rex ist blöd. 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 So Nein 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 Mann. Wieviel steckt denn der ein? Das ist ja mega heftig. Boah, ernsthaft? Ich krieg den nicht klein. Mann. Wunderbar. Ah, komm schon. So, einmal da, einmal da, einmal da. Und einmal da. Ah, scheiß Sonne. Ich seh nix. Ich hasse es. Was unterstützt das denn? Ähm. Was wir jetzt auf jeden Fall machen müssen. Dodos jagen am besten. Aber nicht unsere Dodos. Bitte, sei... Hat was hier drin? Ja. Super. Äh. Hallo? Hallo? Das ist jetzt aber echt krass, dass wir jetzt einen T-Rex haben. Einen T-Rex. Zumindest... Zumindest... Zumindest den Anfang von einem T-Rex. Da. Ja... ... ... ... Nein. Sedge, Flint, Fiber. Oh, fuck. Ach ja. Sedge. Und Flint. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, jetzt können wir wieder Pfeile machen. Immerhin 28 Stück. Ah. Unsere Armbrust ist fast kaputt. Ja, ist gut. Ah, ich habe eine Idee, wie ich an Fleisch komme. Oh nein, es wird dunkel. Gut, hier sind Piranhas. Das ist perfekt. Was? Hm. Hm. Nein, Fisch. Stimmt ja. Ja, frisst er auch Fisch? Oh, trotzdem frisst er auch Fisch. Das ist gut. Das ist sogar hervorragend. Ja, das Taming dauert jetzt natürlich lange. Ist aber auch ein T-Rex. Ähm, ich mach die Folge jetzt natürlich noch zu Ende. Aber hier wird mir jetzt nichts passieren. Ne? Also wer jetzt, äh, 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 nicht sowas hier langweiliges sehen will wie Taming, wo wir hier nur stundenlang auf einen Dino starren, ähm, der kann jetzt gerne, äh, wegschalten. Äh, äh, in der nächsten Folge, äh, also die nächste Folge starte ich dann da, wo kurz bevor der getamt ist. Oder halt, wenn, äh, was passiert. Ja. Das heißt, in dieser, äh, jetzt, äh, passiert wirklich sehr wenig. Ich nehm's Tropfen drauf. Mh hh hh hhh hh 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 hh. Alter, wie sich das anhört. Also, der hat 16 Dings. Obwohl, das geht eigentlich mit den Taming. Er frisst man halt relativ. Wenig. Hm. Ich nehme mal einen Stack Fisch daraus. Und packe den hier rein. Ich nehme mal einen Stack. Oh, ich muss auch unbedingt was essen. Oh, ich muss auch unbedingt was essen. Hm. Miss? Oh, Prime Fish Meat. Oh, geil. Oh, das hat auch direkt gefressen. Das ist ja cool. Dann können wir das mit dem Taming noch ein bisschen beschleunigen, mit Glück. Boah, das hält auch lange. Cool. Suppi. Okay. Okay. Okay, hier vorne scheint kein T-Rex zu sein. Das ist gut. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Okay. 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 Oh wow. Oh, Alter. Zweimal Prime Fresh Meat. Cool. Cool. Nicht cool. Ah. Ich lerne es noch. Wo ich noch so ein Viech finde. Oh, da ist ein Gelber. Aber ob wir den schon kriegen, können wir ja gleich mal versuchen. So. Na komm. Ja. Komm schon. Gib mir wenigstens mal drauf. Schade. 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 Ach, der ist unter Wasser. Okay. Ist der tief unter Wasser? Mal kurz gucken. Tief the Duck Project. Oh, Gott. Piranhas. Mal ganz kurz wegen Piranhas gucken. Mal kurz gucken. Ist der trick, zicke. Ja. Nein! Mann! 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 Ich werde das jetzt mal wahren. Okay, Ablauf 45. So. Aua! Aua! Oh, scheiße. Das Biest hat mich zurück ins Wasser geschleudert. Boah, war das... Das war jetzt eng. Ihh. Sorry. Sorry. Nein, 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 nein. Scheiße, ich kann grad nicht zum T-Rex. Also nicht zu unserem. Hallo? T-Rex? 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 Oh nein. Ich seh'n Alpharaptor. Ohhhh. Was macht der? Ja, ja, ja. Boah. Ernsthaft? Was macht der da? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Es wird hell. Naja, gut. Weggelockt. Und jetzt schnell zu unseren T-Rex. Und jetzt schnell zu unseren T-Rex. Pupu. Es ist stark. Okay, da hinten ist der T-Rex. Da. Speerspitze. Da ist er. Ich bekämpfe dich. Ich bekämpfe dich. Ich bekämpfe dich. Torpor geht ja immer noch hoch. Krass. Ich bekämpfe dich. 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 Ich bekämpfe dich wieder runter. Macht aber nix. Bis bald getamt. Gott sei Dank. Ich bekämpfe dich. Ich bekämpfe dich. Oh Gott, jetzt sind da drei. Vier. Krank. Oh, die dürfen nicht nach L. Dürfen nicht hierher kommen. Das wird so bitter. Ich bekämpfe dich. Ich bekämpfe dich. Ich bekämpfe dich. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.